Wow, wie kann ich es eigentlich wagen? Es war gestern Montag und ich hab keine Folge Basti Talk gemacht. I'm so fucking sorry. Jetzt wissen viele Leute gar nicht, dass Montag gestern war. Ich wusste nicht, dass Montag gestern war. Ich dachte, gestern war Sonntag. Jetzt bin ich, saß ich hier gerade, hab so Schulzeug gemacht und mir fällt auf, yo, es ist ja schon Dienstag. Fuck, dir hat ja komplett was gestern gefehlt. Ja, da hat man einmal Ferien und vergisst auf einmal alles. Es ist anscheinend schon Dienstag. Neue Metallleitung, ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Basti Talk. Neue Folge, neue Woche, neuer Tag. Neue Themen. Ja, egal. Sowas passiert mal. Es tut mir leid. Ich werde weiterhin behaupten, ich schaffe es seit 200 irgendwas Wochen. 300 Wochen. 200? 284 Wochen. Jeden Montag. Das bleibt unter uns. Ich habe gar nicht so viel zu reden, und deswegen ist es mir wahrscheinlich gestern auch nicht aufgefallen. Es gab letzte Woche ein neues Video auf diesem Kanal mal wieder. Es war das Instagram-Macht-Micht-Krank-Video, in dem ich darüber geredet habe, wie Instagram mein Fotografie-Verhalten beeinflusst. Es ist gerade 9 Uhr. Sorry, meine Stimme ist gerade am Arsch. Das ist mir gerade aufgefallen. Ich saß hier gerade produktiv, hab Schulzeug gemacht und auf einmal so Panik. Ich habe mir auch gerade einfach diesen Pulli übergeworfen, sonst sehe ich sehr wretched aus. Auf jeden Fall, was gab es sonst noch? Also es gab dieses eine Video, genau. Und ansonsten habe ich nicht viel. Ich habe jetzt Ferien. Das merkt man mir an. Ich habe es komplett verpeilt. Ja, Ferien. Und mir ist aufgefallen, ich habe nach den Ferien nur noch fünf richtige Schulwochen und dann habe ich keinen Unterricht mehr oder nur noch, ich glaube, eine Woche nur noch Abiturfächer und dann habe ich keinen Unterricht mehr und dann Yay! Darf ich fürs Abi lernen? Mache ich jetzt schon teilweise. Ich habe diese Woche so einen Mathe-Abi-Eingroovungskurs, damit ich so ein bisschen Plan habe von irgendwas, weil wir haben letzte Woche über die Mathe-Noten geredet. You know. Aber da hat irgendjemand einen ganz süßen Kommentar geschrieben. Ich finde, man sollte auf jede Note stolz sein, weil man hat in der Situation immer sein Bestes gegeben und irgendwie so und es ging vielleicht dann einfach nicht mehr oder sowas. Fand ich sehr schön. Stimme ich grundsätzlich eigentlich zu, ja, aber gleichzeitig gibt es auch Momente, wo du eben nicht 100% gibst, einfach weil du dir denkst, ja. Ich rede jetzt nicht über Wirtschaft, weil in Wirtschaft habe ich noch nie 100% gegeben, weil ich diese Halbjahre nicht einbringe, deswegen, aber ja. Egal. Liegen wir ein bisschen im Bett. Hello. Ich war auch schon lang nicht mehr im Kino, muss ich sagen. Das Letzte, was ich angeschaut habe, war, oh, habe ich darüber geredet? Little Women und danach habe ich noch irgendwas. Judy. Judy habe ich darüber geredet, glaube ich, vor zwei Wochen, soweit ich weiß. Ja, ich glaube. ansonsten habe ich ehrlich gesagt auch nichts mehr zu sagen, fällt mir gerade auf. Also ich habe tatsächlich nothing to say. Ich habe ein paar neue Videos geplant, die so auch in die Richtung dieses Instagram-Macht-Mich-Krank-Video gehen. Ich habe sehr viele neue Songs mittlerweile schon wieder gehört, das heißt, bald gibt es bestimmt auch mal wieder ein Musik-Empfehlungs-Video und ja, genau, so sieht mein Leben momentan aus. Ich stehe auf, mache ein bisschen Schulzeug für meine Klausuren. Chill. Dann habe ich den Mathe-Kurs Dingster-Boomster. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt eigentlich, es ging sogar, ich hatte so ein bisschen Ahnung, aber wir sagen mal ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Und dann starte ich nächste Woche in meinen letzten fünf Schulwochen. I don't want to. So, ich habe, ja, wie gesagt, das war es. Tschüss. Ähm, Status-Update von Basti aus seinem Bett. Ich kann nicht sagen, ich mache Videos aus meinem Bett. Leute können das falsch verstehen. Tschüssi.